Dies ist der zweite Teil unserer Vulkane-Exkursion. Heute wenden wir uns dem Aufbau eines Vulkans zu. Wir sehen hier einen schematischen Schnitt durch einen Vulkan. Magma steigt aus der Tiefe auf und sammelt sich in einer Magmakammer. Von dort wandert das Magma durch sogenannte Gänge an die Erdoberfläche, wo es dann zu Eruptionen kommt. Das Magma benutzt dabei nicht immer den gleichen Weg bzw. Gang, sondern es werden immer wieder neue Gänge gebildet. Unter einem Vulkan finden wir deswegen eine ganze Schar von Gängen. Wenn das Magma die Erdoberfläche erreicht, fliesst es entweder ruhig aus und bildet Lavaströme oder es wird bei einem explosiven Ausbruch in kleine Partikel wie z.B. Asche zerfetzt, welche die ganze Landschaft bedeckt. Im Gipfelbereich eines Vulkans kann eine kraterartige Vertiefung vorhanden sein. Wir werden nachher sehen, dass es verschiedene Arten solcher Vertiefungen gibt. Im Folgenden schauen wir uns die verschiedenen Bausteine eines Vulkans anhand von Beispielen an. Wir beginnen mit Lavaströmen. Lavaströme können wenige Meter bis zu 100 km weit fliessen. Sie können unzählige Formen annehmen. Die Dicke von Lavaströmen variiert zwischen weniger als einem Meter und bis zu über 100 m in Extremfällen. Die unterschiedliche Dicke ist abhängig von der Viskosität, der Konsistenz der Lava. Ist die Viskosität niedrig, ist die Lava dünnflüssig und bildet dünnmächtige Lavaströme. Ist die Viskosität hoch, ist die Lava zähflüssig und bildet dickmächtige Lavaströme. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man Wasser und Honig auf den Boden ausleert. Das Wasser fliesst schlagartig auseinander und bildet einen dünnen Film auf dem Boden. Die Viskosität des Wassers ist sehr niedrig. Der Honig hingegen fliesst nur langsam auseinander und bildet einen dickeren Film als das Wasser, da seine Viskosität höher ist. Der Lavastrom auf diesem Bild ist nur wenige Meter mächtig und zählt somit zu den dünnflüssigen Lavaströmen. Hier sehen wir die Front eines über 30 m mächtigen Lavastroms in Island. Diese Lava war sehr zähflüssig, als sie ausfloss und konnte deswegen nicht stark auseinanderfliessen, sodass sich ein dicker Lavastrom bildete. Lava muss aber nicht immer ausfliessen. Bei heftigeren Eruptionen fliegt sie. Dies ist ein Bild einer explosiven Eruption in Hawaii. Bei dieser Eruption wird eine kleine Aschewolke produziert. In diesem Fall fliegt die Asche nicht weit. Im Hintergrund fällt sie bereits wieder auf den Boden. Eine solche Eruption ist typisch für Schichtvulkane, aber reicht nicht für Schildvulkane, wie wir sie auch in Hawaii antreffen. Wir sehen also, die Natur hält sich nicht brav an unsere Einteilungen. Es gibt immer wieder Ausnahmen und Spezialfälle. Diese Aschewolke in Hawaii ist sehr klein. Bei heftigeren Ausbrüchen von Schichtvulkanen können diese Wolken mehrere 10 km hoch werden, wie es hier beim Pinatubo im Jahr 1991 der Fall war. Damals erreichte die Asche Höhen von bis zu 34 km. Früher oder später fällt diese Asche natürlich wieder auf die Erde. Hier sehen wir einen Schnitt durch eine Abfolge von Ascheablagerungen in Teneriffa. Vulkanische Aschepartikel sind per Definition kleiner als 2 mm. Partikel zwischen 2 und 63 mm werden Lapili genannt und noch grössere Partikelbomben. Diese Ablagerung besteht sowohl aus Asche wie auch aus Lapili. Die unterschiedlichen Farben der Schichten deuten auf unterschiedliche Zusammensetzungen hin. Hier sind die Partikel relativ friedlich aus der Luft gefallen, wie Schnee. Natürlich kann das auch unangenehm werden, wenn der Ascheregen so dicht wird, dass die Sonne verdunkelt wird, alles Pech schwarz wird und die Häuser unter der Aschelast einstürzen. Jedoch noch viel unangenehmer als ein Ascheregen sind Glutlawinen oder sogenannte pyroklastische Ströme. In solch einem Fall kollabiert eine Aschewolke schlagartig und rast als heisse Glutlawine den Berg hinunter. Solch eine Lawine ist mehrere 100 km pro Stunde schnell und mehrere 100 Grad heiss und zerstört alles, was sich hier in den Weg stellt. Hier sehen wir eine Abfolge von horizontalen Schichten. Diese Schichten sind Ablagerungen verschiedener pyroklastischer Ströme. Solchen pyroklastischen Strömen sind die Menschen von Pompei am Vesuv vor 2000 Jahren zum Opfer gefallen. Wenden wir uns nun den Kratern zu. Es gibt verschiedene Prozesse, welche kraterartige Strukturen hervorbringen. Wir betrachten als erstes eine leicht explosive Eruption, bei der Lava zerfetzt wird und die Fetzen einige 10 Meter bis wenige 100 Meter weit durch die Luft fliegen. Die Fetzen kühlen im Flug ab, landen um die Austrittsstelle herum und häufen sich dort an. So baut sich langsam eine kegelförmige Struktur auf, die immer grösser wird. In der Mitte der Struktur häuft sich weniger Material an, da Fetzen, die dort landen, bei der nächsten Explosion sofort wieder weggeschleudert werden. Somit entsteht eine scheinbare Vertiefung, ein Krater. Die ganze Struktur nennt man einen Schlackenkegel. Wir sehen hier einen Schlackenkegel während seiner Entstehung in Island im Jahr 1973 auf Westmanair. Bei diesem Ausbruch wurde die Lava in kleine Stücke zerfetzt, die langsam diesen Hügel aufbauten. Die Stücke flogen zum Teil ziemlich weit und bedeckten die Häuser auf diesem Bild. Zurück zu unserer Grafik. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie ein Krater entstehen kann. Fangen wir an mit einer Abfolge von Lavaströmen, die bei früheren Eruptionen entstanden sind. Nun steigt erneut Magma auf und es kommt zu einem Ausbruch. Allerdings wird sich nicht ein neuer Lavastrom bilden. Das aufsteigende Magma enthält viel Gas und es kommt deswegen zu Explosionen. Dabei wird ein Teil der bereits vorhandenen Gesteine weggesprengt und das Gebiet wird mit Asche bedeckt. Da Material weggesprengt wurde, entsteht eine Vertiefung, ein Krater. Wenn wir nun die beiden Krater links und rechts vergleichen, dann sehen wir, dass der linke Krater durch die Anhäufung vom Material entstanden ist, der rechte jedoch durch das Entfernen von Material. Dies ist der Krater des Pico do Fogo, welcher mit gut 2800 Metern Höhe der zweithöchste Berg im Atlantik ist. Der Krater hat einen Durchmesser von knapp 500 Metern und entstand durch Explosionen, welche Material entfernt haben. Es gibt auch sehr grosse kraterartige Strukturen, wie der Crater Lake in den USA. Diese Vertiefung ist etwa 10 Kilometer im Durchmesser und ist durch einen anderen Prozess entstanden, als die Krater, die wir bisher gesehen haben. Beim Crater Lake handelt es sich um eine sogenannte Caldera. Eine Caldera entsteht, wenn ein Vulkan in sich zusammenfällt. Wie passiert das? Betrachten wir zunächst einen Vulkan, unter dem sich eine Magmakammer befindet. Es kommt zu einem heftigen Ausbruch und die Magmakammer beginnt sich zu leeren. Wenn sich die Magmakammer leert, entsteht nicht einfach ein Hohlraum unter dem Vulkan. Während sich die Kammer leert, beginnt der Vulkan in seine Magmakammer hinein zu sinken, wie ein Kolben in einem Zylinder. Während des Absinkens bleibt der Vulkan natürlich nicht schön intakt. Es bilden sich Risse in seinem Inneren und er fällt in sich zusammen. Am Schluss bleibt eine von oben gesehen mehr oder weniger runde Vertiefung zurück, die man Caldera nennt. Diese Vertiefung kann einen Durchmesser von mehreren Kilometern haben. Das Vorhandensein einer Caldera bedeutet jedoch nicht, dass ein Vulkan erloschen ist. Das sehen wir hier im Fall des Crater Lakes. Innerhalb der Caldera hat sich bereits ein neuer Vulkan gebildet, der als Insel aus dem See ragt und Wizard Island, die Insel des Zauberers, bildet. Wizard Island könnte in Zukunft so gross werden, dass sie die ganze Caldera füllt. Was haben wir bisher gesehen? Lavaströme, pyroklastische Ablagerungen wie zum Beispiel Asche und verschiedene Kraterarten. Dies sind alle Strukturen, die wir an der Oberfläche eines Vulkans finden können. Schauen wir zum Schluss noch kurz in einen Vulkan hinein. Nachdem ein Vulkan erloschen ist, trägt ihn die Erosion, also Wind und Wetter, langsam ab. Das ermöglicht uns, einen Blick in alte Vulkane hineinzuwerfen. Das Bild hier stammt von der Ostküste Islands. Diese beinahe vertikalen Strukturen sind Gänge, in welchen einst Magma in Richtung Oberfläche aufstieg. Wenn sich die Erosion noch weiter in einen Vulkan einschneidet, werden sogar die Magmakammern freigelegt. Dies können wir ebenfalls an der Ostküste Islands beobachten. Die Gesteine, die diese Berge aufbauen, waren einst Teile einer Magmakammer unter einem aktiven Vulkan. Von diesem Vulkan ist heute nichts mehr zu sehen. Nun kennen wir den groben Aufbau eines Vulkans. Haben Sie nicht Lust bekommen, selbst ins Feld zu gehen und die vielen wunderschönen Vulkane der Erde zu erkunden? Ich auf jeden Fall.